Guten Morgen und willkommen zurück bei meinem Let's Play. Ich werde euch versuchen Level 3 zu schaffen, ohne dabei so oft zu sterben wie gestern. Vorausgesetzt natürlich, es gelingt mir. Was ist das? Oh, gefährlich, ja. Sehr schnell. Ideal, um reinzurennen. Was ich früher oder später wahrscheinlich irgendwo machen werde. Äh, erstmal will ich da rauf. Ich hab gesagt, ich will da rauf. Verdammt. Ne. Na, geht doch. Nein. Da oben war doch noch was. Jetzt muss ich ja nochmal raus. Ich störe mich wieder an heute. Oh, ist das drin? Pilz? Nein, Münze. Jetzt springen wir lieber mal drüber. Und Blöcke. Keine Blöcke kann man ja nicht mitnehmen. Stirb. Und nein. Oh, äh. Ja. Punktgenau springen in den Abgrund. Das kann ich, ja. So. Runder. Jetzt kann ich kein Feuer mehr schmeißen. Ich bin so gut schon wieder. Ja, wir haben ja noch zwei Leben. Da kann man auch oft sterben. Äh. Stirb. Den überspringen wir jetzt einfach mal. Sonst sterbe ich nur wieder. Dich. Dich. Dich nehme ich mit. Jawohl. Ich weiß zwar noch nicht ganz, was ich mit dir anfangen soll. Ah. Geh doch. Läuft, läuft. Ist da was gut zu dir? Pilz? Pilz. Ah, geh weg. Geh weg. Stirb. Jawohl. Geh weg. Kann ich da rein? Kann doch bestimmt rein, oder? Nein. So kann ich da nirgends mal rein. Und was ist das schon wieder? Hm. Kann man auf jeden Fall auch nicht benutzen. Voll einfallslos. So. Was ist überhaupt da oben noch? Oh weia. Noch mehr Gegner. Hier. Muah. Komm. Dammt. Und ich komme da nicht rauf. Ich bin zu blöd, da raufzuspringen. Ja. Na komm. Ach, dann eben nett. Scheiß Spieler. Schauen wir uns, was da noch kommt. Noch mehr Gegner. Ja. Yay. Nein. Weg. Mistvieh. Ich hasse Schildkröten. Was ist da oben jetzt noch? Rrrr. Rauf. Rauf. Und rauf. Oh, ich bin sogar rauf. Kommen. Ganz stolz. Und was war das? Giftgasangriff oder so? Uh. Dich will ich. Dich will ich. Oh, ein Leben. Yay. Von Brotty nutzen noch ein paar Dutzend. Und komme ich da nicht durch? Was ist denn das für ein Mist? Unsichtbare Wände. Ah, sowas hast du nicht. Oh, Hils, Hils. So. Was ist das da unten? Kann ich das töten? Und. Wer zur Hölle hat diese Gegner kreiert? Sehr konfus. Münzen, 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 feuerfeste Pflanzen. Oh, oh, oh. Das war knapp. Verdammt knapp. Oh. Was ist das denn jetzt schon wieder? Mal mit Stacheln dran. Macht er mir was? Wahrscheinlich. Ja, er tötet mich. Der holt in meine Richtung. Was ist denn das für Beschiss? Ah. Geh doch weg. Oh. Das war knapp. Ich überspringe die besser mal. Sonst sterbe ich nur nochmal. Oh. Lieber nicht. Oh, Mann. Ach, komm. Vielleicht soll ich nicht mit Kastatur spielen. Also, noch ein Versuch. Wir haben ja nichts sonst nichts zu tun. Münze. Die lassen wir jetzt lieber liegen. Springen wir drüber. Oh. So. Da war Pilz drin. Den wollen wir haben. Wenn wir jetzt aber nicht sterben. Komm her. Jawohl. Das ist immer wenigstens groß. Ne. Oder wir waren groß. Wow. Das war knapp. Das Leben wohl nochmal gibt. Was ist das für ein Ding? Giftgasbombe oder so? Äh. Es trüffelt mich auf jeden Fall. Diese Qualle oder Giftgasqualle oder was auch immer das genau darstellen soll. Diese komischen laufenden Knödel. Weiß nicht. Knödel sind normal nicht braun. Oh weia. Gut. Andererseits. Still grünslich laufen normalerweise. Das ist komisch. So. Pilz. 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 Ist doch bei solchen Spielen immer Pilze. Die aus irgendwelchen Kästen kommen. Und da schon wer weiß wie lange liegen. Sind die nicht irgendwie giftig oder so? Dann versuchen sie mal wieder unten rum. Junge. Die ist ein Feuerfest. Feuerfeste Blumen. Da war irgendwo Abgrund. Ah. Was mache ich denn bitte? Ich sterbe noch. Halt. Ja. Lieber nicht. Ich renne nur wieder in einen Abgrund. Ich kenne mich doch. Das Ding verholt. Und. Ach verdammt. Sollte ich mir was anderes suchen. Okay. Okay. Oh. Das Tüller-Liebpflanzen. Ah. Yay. Wow. Wow. Kann ich da rein? Kann ich da rein? Nein. Kann nicht da rein? Yay. Aaaah. Wow. Verdammtes Mistvieh. Nein. Was mache ich denn? Oh. Abgrund. Na. Zum Blut. Was ist da drin? Was ist da drin? Oh. Pilz. Alt. Mein Pilz. Ach verdammt. Nicht gebrauchen können. Komm her. Komm her. Komm her.